ja hey willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom hearts birth by sleep final mix ja wir finden genauso wie die anderen raumspieler mit dinge rum in der letzten folge haben wir die arena ist unlimps abgeschlossen zu 100 prozent sogar mit schätzen kann man zu den anderen welten zurückgehen und deren sticker und so einsammeln aber das war das mal ausgenab ich wieder ein bisschen trainiert und kommandos hochlevel ich hab grad nix ausgerüstet der grund weil ich hier ein paar neue sachen herstellen will und zwar macht man luft staccato mit leuchtung ist auch nicht als akadon reiszeit ok aber noch feuersturmlauf mit eurer bestimmt voll garne humanität legt mich das habe ich schon gift klinge und und vita gibt glücks klinge ok luna kristall hellkunde immer sondern direkt dem wir bekommen weiter ok mit gemach ok ach ich weiß schon zeit oben folgen geselligkeit zeit oben folgen kann man sich geselligkeit auch schon ich weiß nicht was haben wir noch stopp hermaterial und feuerer ok immunität auf der bett haben ihn trapez hergestellt super nur direkt herstellen merke ich gerade mag näher aber in letzter zeit kristall attacken hast dann schon mal besser und gemacht und gemacht stopp war natürlich zweimal zeitlupe bedeutet ganz anderthalb mit der idee davon haben wir auch schon alles mal gibt es auch nicht fesseln und was weiß ich schwertwurf fesselstark schwertfall ok freund ist halt schon da kann man ruhig ein bisschen mehr haben schwertwurf mit energiekristall auf combo plus haben wir noch nicht aber ist egal abschlussmeister stummen auf und schwerfall ergeben mit freund kristall schauen wir ja noch fesse weil ich mal ero habe ich gerade gesehen zweimal euro vielleicht euro hat die graf war am besten erst mal den neuen sagt alle herstellen neben spenden das hat man noch nicht betäubung und blitz ergibt blitz war man geht ergibt man näher vitalität haben wir schon genug betäubung gegen freund kristall lebensspende ich weiß nicht was normal ist alles aber erst mal drei euro und euro leben spende ok was zum teufel ist hat überhaupt reicht für das erste abschlussmeister noch mal schwert so viel schwertwurf asakano das kann man mal ausrüsten wie treibt gerne verdammt ich habe kein bieter ja kein lied haben war also war wohl beschäftigt mit dem aufleveln von zeugs eiszeit schon mehr und abschlussmeister kann man euch haben eiszeit schaden durch eismalia und durch magie eiszeit und abschlussmeister 5 minuten aus dem fenster geworfen dafür machen wir hier umso schneller er hat neue schützelschwert übrigens ausgerüstet helden abzeichen oder so heißt er glaube ich genau hat im ersten im zweiten teil der helden button ist doch glaube ich ne ja sorry ich habe aber vielleicht können wir übrigens einen like einen kommentar oder ein abo hinterlassen das wird uns allen sehr freuen ok kommt ein sonntagsfahrer der war mags nicht sondern die sieger in riesigen um basierten durch den datt machen ich bin ja auf dem verdammten links das war ein bisschen ohne exonere aber ja ich glaube nur so kämpfen ehrlich kämpfen wir überhaupt hier gerade im ding gelandet oder was im hyper raum oder was klingen lichter lernt ok hab nicht mal wirklich irgendwas gemacht aber ok kranker manier so einfach so kämpfen hat wird nichts es hat einen mon calamari kreuzer das daraus übrigens die tiefer weltraum als man es wäre nicht in der 2 ist das wäre krass halt mal vor ventus macht besuch mit eister clark ja das wäre auch krass jetzt kriegst du keine mehr idee diese schäfer sind in deinem genetischen signativen ein intruder okay du nicht mehr lustige idee was macht man nur in so einer situation aber die dna irgendwo anders hinspucken sehr geil so you're the intruder identify yourself my name is bentis the monster i was chasing boarded your ship nice try if there was another intruder aboard we'd have detected it we lost control of the engines now you tell me stay right there i have lots of unpleasant questions to ask you this is my fault i have to do something what you know terra and aqua what you know terra and aqua what you know terra and aqua hey is that a wave finder the engines are under too much stress what am i doing there is no time no you need to stay here it's too dangerous irgendwie nicht weil ich für stitch 626 ist er glaube ich sogar im spiel von denen glaube ich und richtig als teil so wir haben dinge nein ok eines hatten wir den ganzen dingen sie wird schon kommandos die h was man geht und klingeln betäubung singe oder ok ich mag negra und so war alles hergestellt zurzeit nein nicht verbinden haben schon genug so ok wahrscheinlich volle ball level für die gegner jahr soll es ja 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 ich wollte den dicken anvisieren mann ja das ist das ja 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 steigt der nächste stufe bei verraten mit dem kommandus ziel das wurde es hallo kampfmusik wie ich ja immer gucken was kann um seine angriffe sehen so unnatürlich aus irgendwie nicht so aus als könnte irgendein normaler mensch machen dann stört mich irgendwie so anwenden doch den markt 2 fand ich schon ein bisschen glaubwürdiger die angefangenen bewegungen und nach 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 Halt Oh, Zack 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 He is a psychomaniac Oh, das hat gar nicht viel lange die Welt dauert Oh, jetzt andere Sachen stimmt Immer Geld Alright Ja 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 Sag Ja 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 glücksfänger oder was sind ja und ich habe meine dinger noch moment lang habe ich nachgelassen ich überhaupt meine dinger level nein witzig so wie auf den armen ich weiß nicht ob da im gleichen kampf funktioniert deswegen das war mal ja schön und einfach wir haben für mich was geben aufs maul auch wenn ich den typen cool findet weiß ich nicht weiß ich mal er ist riesig ein schwarzes anzug aus dem wahl eine krasse kombination abschutzmeister hier hat er mir noch schwer durch luft combo plus heilkunde weil warum nicht komoda das lebensspende einer der von gegner fallen lassen lp kohlenstein brauche ich jetzt nicht wirklich wenn ich so ganz ehrlich bin braucht das nicht stylisches aufmachen von trofen nein das habe ich noch nicht nachher von meinen abwehrex um einen schnellen angriff sie raus damit wir wollen das entgegen auf die nach wo ich aber eines gegner schlangen zu folgen können okay also ja das ist nicht schlecht da hat man mal so ein paar standard dinger hier gibt uns so wieder so viel geld ich kann euch dann noch hier zum blitz war habe ich genug vorher habe ich genug zeiten folge ausgezeichnet alles was ich hier noch einmal ich habe ja kann man immer gebrauchen schwert fall und so ein stopp war mich stopp gar erstellen kann unterpasst okay weiter so mehr riesige fisch was hier amok läuft verschleinig vielleicht warum auch nicht wo ist disney was ich weiß nicht als er kann um man durch warten ausgerollt hat und todes und allein trotzdem hat bekommen und schläft sieben nein klingel nicht klingel nicht awesome so mit echten schwertern angreifen da kann man das schon wieder weg ausgezeichnet den ganz fett ein naja ich immer noch den bisschen irgendwas haben wir zwei mal besser gemacht ich nehme an wo wir formen kann eigentlich schon hier ja ordentlich eng gesetzt so mit der luft verbunden das ist eine schwerkraft aus warum her da haben wir uns noch anleihen ich bin noch nicht links eingesetzt ja blocken und vorgab wer betreibt die gegner ok ging es nur die ausstellen duft kommt wo soll da ist eine truhe hallo die schwärker aufstellen schon sagen der richtigen perspektive ja noch überhaupt hinten sagen weil dann schon ich habe keinen bock euch zu folgen na gut war wenn du mal hier bleib ich habe keinen bock euch allen immer zur folge was du kannst das wagen schlitz das ist nein da komme ich noch war war da hahaha aber beste holzbombe ah gut das ist ein multifokus ich habe gar kein neues herr damit oh oh ein profo sticker heute mal dran kleben die sticker irgendwann mal vielleicht mal schauen was haben wir hier etwas großes herrnorts bricht meins so eine große truhe für so einen zettel was auch noch was oder ist auch noch was irgendwie schon war hat mal wieder aber auch ständig ne ja zeit umfolger und geselligkeit weiß ich jetzt nicht mal wieder herstellen ne doch schon trotz kopf hey das ist doch mal was schönes wer ist ganz unbedingt haben da sagen wir trotz kopf hh ja dann gegen das schlag wäre so eine p auch wenn der schaden 0 lp herbeigeführt hätte ja wichtigsten fähigkeiten überhaupt was stimmt mit ja 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 war ok war das hier weil man so ein bisschen weil ich keinen grund haben Wie sieht denn das Teil aus? Au. Oh mein. Wah. Alter, von wie weit könnt ihr schießen? Halt auf damit. Oh, Terra, mach irgendwas. Ich glaube an nicht Terra. Ja. Was, so anti-Schwerkraft? Nein, anti-Schwerkraftraum hier einsetzen. Sagt sie dazu, ne? Das ist voll ja Mindfuck, ne? Oh, warte. Ja. Ich wollte schon ein Ding an, ne? So einen Weg finden, die sehen auch so aus, wie so ein Weg finden, glaube ich. Ja. So, was hat hier, ich glaube, ja, ne? Da haben wir sich. Aber mein Recht controller hat überhaupt nicht. Oh ja, das Ding habe ich ganz vergessen. Warum ist das nur in dem Spielen? Nein, Kinge mag es halt nicht so, dass man, weil ich kann darüber ohne überhaupt hier, weil mich zerquetschen lassen. Und das ist ja auch, ja, das lassen wir nicht. Ja. Und das muss man hier haben. Das war ein bisschen. Muster doch auch tief. Oh. Es wird schon wieder die Musik dün 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 dün... Disco, Disco! Oh ja, Stitch macht ihn fertig. Oder 626. Also wird er sogar genannt, ne? Im Spiel. 2-1-6-2-6, genau. Vielleicht muss ich davon abhalten, ein Schiff kaputt zu hauen. Stimmt. Ey, auf damit. Weg von dem Teil. Soll ich dich erreichen, hallo? Boah. So. Oh, das Kämpfer in der Luft. Das ist mein Gebiet. Oh Gott. Aber knapp. Kollege. Jetzt noch nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der macht ihn sogar Schaden. Das ist nicht so typisch in Kingdom Art Spielen. Boah. Mehr Deckgröße. LP gestiegen. Mein Gott, der Kampf war voll einfach. Und die echt schon so überlevelt? Und der steht nicht so auf dem Geld. Und der steht nicht so auf dem Geld. Ichperspäck's. Und das ist das, was ich verletzt. Warum? Alles ist es wichtig. Wunder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, I see. Your Wayfinder broke. Well, don't worry. Friendship's more than an object. Friendship. Circle? Don't let the little Mimic fool you. You saw for yourself what kind of monster that thing is. All it knows how to do is hurt and destroy. Monster? He helped me stop the monster. You must have triggered some sort of mutation, hidden in the little freak's genetic coding. Van. Run! That's right. We are friends. Better say your goodbyes now, because 626 is about to be destroyed. Stop that! Come on! Sound the alert! Prisoners are on the loose! Don't let them get away! I hope to stop the monster with the two. I hope to get away with those! I hope to stay again! Woo-haaaah! Hahaha! No no no! Where are we going? Huh? Nuh! Ha! 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 ich weiß es mir so leid da sind zu 626 und füge antrieb wenn wir eine ausgleiche attack und magie wird das werden wir sehen aber jetzt muss ich erst in die nächste welt oder kommt noch etwas dazwischen ich weiß gar nicht kommando breit ja das werden wir vielleicht doch vielleicht noch nicht irgendwann mal machen okay wir sagen diese welt hier nimmerland machen wir in der nächsten folge an weiter von let's play kingdom arts birth by sleep final mix wenn euch der button gefallen könnt ihr ein like ein abo oder einen kommentar hinterlassen um mir weiter zu helfen und dann sehen wir uns in der nächsten folge auch wieder vielen dank fürs zuschauen und tschüss